Ich lieb dich, Lena. Ich lieb dich auch. Sag mal, du und Lena, seid ihr jetzt immer noch so richtig eng? Nein. War halt für mich, ja? Kannst du mir vertrauen. Was geht denn da ab mit dir und Tim? Lena hat's krass nötig, oder? Na klar, umgefegt 16 sucht. Ich hab keinen Führerschein. Lena, weg! Ich stress mich nicht, okay? Lena ist doch ne Bitch. Sie ist total eifersüchtig. Nur weil sie nix abkriegt, macht sie dir jetzt alles kaputt. Lena, was geht denn mit der ab? Krass, sie glaubt's. Okay, schick ihr den Link. Viel Spaß, Lena. Reicht, oder? Kleiner Bonus für ne besondere Reise. Ich kasse mir! Lena! Was habt ihr gemacht? Hey, du hängst da genauso drin wie ich, ja? Du hast mit diesem Scheiß angefangen. Mann, du bist so krass, ey.